Um 6.22 Uhr britischer Zeit ereigneten sich mehrere chemische Angriffe in ganz Europa. Ich wiederhole. Downing Street liegt im Kontaminationsradius. Au re! Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihre GLG ein Abwasser. Meine Leute sind tot oder sterben. Ich hab Gas eingeatmet. Ihr Ramstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken Dekontaminierungseinheiten. Kein Gas. Uns greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Ramstein. Russische Bodentruppen? Die ganze russische Armee fordert sofort die Unterstützung. Wir richten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Elysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlog. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Untertitelung des ZDF, 2020